Kurzfristige Sperrung auf der A7. Im Zuge der laufenden Baumaßnahmen ist eine Schadstelle am Böschungsfuß der Auffahrtsrampe festgestellt worden. Zur Behebung des Schadens muss diese nun an der Anschlussstelle Hamburg-Barenfeld-Ausfahrt Richtung Süden kurzfristig für voraussichtlich zwei Stunden gesperrt werden. Die Sperrung ist seit 11 Uhr eingerichtet worden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, je nach Fahrtzeh die Ausfahrt Volkspark oder Othmarschen als Umleitung zu nutzen.